Hallo und herzlich willkommen zurück zu der Vance We Spielen Pflanzen vs. Zombies wieder mit mir. Und heute habe ich eine Gästin dabei, die liebe Sassi. Ja, hi. Ja, mal was weibliches ist auch mal gut. Sie ist auch Let's Playerin und war noch neu, aber sie versucht tapfer durchzukämpfen. Und hier ja ein bisschen zum Kennenlernen. Ähm, letztes Mal haben wir Adventure schon durchgespielt. Wir knöpfen uns jetzt die Minigames vor. Ich mit der lieben Sassi und sie kennt das Spiel auch. Das ist gut. Sie hilft mir nämlich. Ja. Und, jo, Minigames. Ich habe noch gar nicht reingeschaut. Das sind 20 Minigames. Ähm. Das heißt, ich bin behindert. Genau. Zum Bantani. Äh, da haben jetzt die Zombies eben praktisch, ähm, Pflanzenköpfe auf. Nein, die haben mehr als noch Pflanzenköpfe. Ja, die haben alles. Die, die, das ist eine komische Kreuzung. Das ist eine Mischung jetzt. Eine Mischung. Oh, das ist süß. Der mit dem, ähm, Walnusskopf da. Ist ja geulich. Ja, aber der hat auch so viel aus, gell. So, wie gemohnt, ähm, brauchen wir unsere Sonnflower. Mal, ich habe ewig schon nicht mehr gespielt. Dann nehme ich die nochmal mit. Ein paar Bömmchen nehme ich mit. Toto, wir haben eine sehr große Auswahl. Was würdest du sagen? Was soll ich noch mitnehmen? Vielleicht eine Hochwalnuss? Defend, sim. Ja, defend. Ja, ich nehme mal die kleine mit. Das reicht vielleicht. Der hat mir auf den Arsch gerettet. Ähm, was nehmen wir denn noch? Wie gesagt, ich habe jetzt hier auch alles freigespielt, liebe Zuschauer. Und eine ganze Reihe voll. Das können wir uns ja mal auch antun. Dann den Schnapper, der frisst sie gleich weg. Dann vielleicht, ähm, einen, der sie, ähm, ein bisschen einfriert. Ja. Für den hier auch so goldig, weil der verschießt die Meeren rein. Und dann nochmal den Pumpkin, um die noch ein bisschen zu verstärken. Und wir pflanzen einfach. Set, bloß, bloß. Ja, wie sie alle lächeln und gucken. Ja, ja, ja. Und Sonne. Ähm, das, die sind Minispiele. Einfach nur random kommen Zombies und wir müssen sie aufhalten. So ist das Leben. So. Da kommt einer. Da schießt schon einer. Du bist so. Komm, ein Begrüßungsschluck. Beutel. Könnte ich jetzt hier schon Verkeiligung aufbauen? Oh, das ist awesome, aber. Aber, auf den erwartet eine schöne Überraschung. Ich mag hier, glaube ich, die Reihe wieder voll mit, ähm, Pflanzen. Sonnen. Äh, mit Bomben, aber. Die würde meine Sonnenblumen echt erheblich schäden. Mann, diese Zumpfnubbeln da. Ähm, Pflanze gegen Pflanze, jetzt komm. Aua, aua, du tust mir weh. Oh, der da hier, der lauft voll in die Mine rein. Pansche. Jetzt geht's. Jetzt gibt's den Salat. Komm. Oh, und zum Pflanzen halten wir es aus. Uh. Oh. Alter. Alter, 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 alter. Da gefahr, wie ich die mal wollte. Komm, der darf auch mal reintreten in die Mine. Ich, oh, jetzt haben wir schon mal die hier. Den nehm ich jetzt auch schon mal. Ich find die goldig, weil sie in jede Reihe einfach schießen können. Ähm, was mach ich nur mit euch? Ich nehm den hier, weil der ist noch ein bisschen weiter entfernt. So, ich warte, ich warte, ich warte, bis ich irgendwas Gutes krieg. Keine Ahnung. So. Okay, da kommen noch welche, alter. Ja, das glaube ich, echt schwer. Ja, das ist nicht so einfach jetzt. Aber darauf hab ich mich ja jetzt echt voll gefreut. Jetzt setzt man dich da rein. Siehstern lachelt so mit dem Zahn da, ne? So ein Tähnchen. Ja, hallo, ich bin eigentlich so verfehlt. So, wie ein Zahn locket. So, wie süß. Baby. Der läuft einfach da rein in die Bombe. Ich lass da einfach mir ein bisschen Zeit. Jetzt hab ich dann auch so die Reihe voll langsam. Ich muss echt mal gucken, dass ich die Reihe voll krieg. Alter, 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 alter. Hier. Dann hab ich hier unten schon mal was. Oh. Oh, 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 da ist einer. Der kann mir hier fast durch. Oh, 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 oh. Die haben mir voll die Sonnenblumen hier zusammengeschossen. Herst. Herst. Au. Das ist unfair. Das ist so richtig awesome. Auf jeden Fall sind meine Bomben hier sehr, sehr wichtig. Ich bräuchte, ja, ich bräuchte ein paar Sonnenblumenchen. Ich pflanze mal hier einen einfach, blöderweise. Und hier frisst das. Frisst dich, sag. Oh, jetzt kommt gleich eine nächste Welle. Oh, das wird bitter. Habe ich das schaffen? Weil ich brauche echt Sonnenblumen. Machen wir alle kaputt. Oh, das ist auf jeder Wetter. Auf alle Fälle. Schauen wir mal, ob das hier noch aktiv wird. Oh mein Gott, der frisst sie. Oh, scheiße. Hier, da. Bis mir was Besseres einfällt. Da hat der Dicke. Nein, der müsste doch nach hinten springen. Alter. Ja, ich habe ein Fail gemacht. Mach dir nicht so süßchen, komm. Ja, die Reihe ist schon mal durch. Oh, das ist bitter. Ja, wir müssen uns das auch mal angucken. René hat schon gesagt, ich werde echt jede Menge Spaß haben. Ich muss mich eigentlich jetzt hier ein bisschen verteidigen. Hilf mir, Jesu. Jesus. Hier, den hier. Frisst den. Neue. Es kostet alles sehr viel. Okay, die beiden sind hier versorgt. Oh. Ist das gut? Dann habe ich schon mal die erste Welle durch. Ich habe es überlebt, irgendwie. Weiß ich auch nicht. Bloß, den muss ich hier irgendwie loswerden. Da. Komm. Esst euch gegenseitig auf. Schön. Lachen das Gesicht. Lachen die Gesicht. So, ein schizophrenes Zombies heute. So, jetzt geht es ruhig fröhlich weiter. Ah, ein Stampfer. Setzen wir mal hier. So, jetzt hat hier, was mache ich hier mit Bämmchen. Obwohl, ich hätte hier oben auch einsetzen können, aber der ist noch. Der ist noch, der ist noch, der ist noch. Der kann gleich weiter essen. Der kann gleich weiter essen. Nein, es ist noch. Dieser platzt irgendwas. Ah, ich hoffe, dass sie platzen, ne? Ja. Bringt euch doch gegenseitig um, bitte. Ich bräuchte nächstes Mal vielleicht mehr die Kirschen. Ich weiß es nicht. Die Kirschen waren gut. So, was mache ich denn? So. Busch. Okay. Dann ist der weg. Dann kann ich hier dabei wieder eine Bämmchen züchtern. Ja, ja, der Lorenz schafft es schon. Der Lorenz. Oh Mann. Na, komm. Hey. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Mach mir meinen Pflänzchen kaputt. Es ist halt nicht so schön. Kommt weg doch. Nee, nur bloß ein bisschen schneller laden würden. Au, das ist bitte. Und dann kommt noch andere Fälle, werden wir nicht schaffen. Aber ich bin noch zuversichtlich. Unser Hirn ist noch safe. Okay. Der wird erst mal zerbombt werden, aber der hinter ihm, der jetzt kommt. Der macht mir echt Sorgen. Boinkchen, 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 boinkchen. Und ganz oben? Oh, oh, oh. Ja, das... Jetzt haben sie mein Hirn. Ach, Hirnchen. Ach Gott, Hirn. Es kommt zu viel. Okay, wir brauchen andere Karten. Das Herz der Karte hat uns heute in den Stich gelassen. Die Reihe kommt jetzt mal durch, denke ich mal. Dann, glaube ich, machen wir einfach Restart. Ach, ja. Okay, schaut irgendwie weniger aus als vorher. Also, die brauchen wir auf jeden Fall. Ja, ähm, der war auf jeden Fall nützlich. Wir brauchen Jalapeno, um die rein aufzuklirren. Wir brauchen Butter mit Kornapult, damit wir die ein bisschen verlangsamen. Meinst du, was gut ist? Meistens die Stacheln. Oder? Die können uns ja gar nicht angrafen, die Stacheln. Ja, die laufen drüber und tun sich weh. Nehmen wir sie einfach mal. Deine Verteidigung. Verteidig ich, Juh. Nehmen wir auf jeden Fall den nochmal mit. Nehmen wir mal. Die Bömmchen, du wolltest. Nehmen wir mal die Bömmchen hier mit. Hm, was meinst du? Bomben mitnehmen. Ja. Okay, was nochmal das war? Wenn man halt mehr Sorgen kriegen täten. Wohl, ich könnte ein Rechenmal kaufen. Dann würde sich der erste Zombie mal einer an die Birne klatschen. Boi. Ah. So. Jetzt hab ich mal wieder zwei. Oh, das ist einfach raus. Hm. Okay. Da hab ich jetzt ein bisschen Ruhe. Jetzt hab ich da ein bisschen Ruhe. Ich muss jetzt hier ein bisschen Sonne rorten. Ja, ich komm dann. Ja, der Papa. Ich höre mit dem Kontext der Papa. Den hört man. Ich kann dich mal. Ja, Grafenstich an, pass auf. So. Ja, jetzt kommt er. Da kommt hier, ne. Sack. Tschüss. Der geht nicht auf die Reihe. 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 Ich brauche ne Butter-Orgie. Okay, das ist gut. Das ist nicht gut. Schau mal, da schieft keine Butter. Ja, noch nicht. Aber bald. Bald. Der schieft schon kaputt, oder? Bitte. Tu es. Jetzt. Jetzt tu der Butter werfen. Yeah. Butter, Butter. Hey. Okay. Oh, nicht warten. der ist auch tot bitte gib mir oh nö der halte nix aus alter scheiß butter butter verdient schaut schon mal viel besser aus aber wenn sie nur was aushalten die überraschung für sich da unten ich möchte mal hier oben eine reihe jetzt ist hier wieder was aufgegessen worden machen wir mal hier bämmchen falls aber es tut auch mein sonnenblümchen wieder wie und ich brauche wieder echt viel mehr sonne die füße nehmen das worte worte lass warten ja das stimmt mann mann ganz oben hilft mir okay das ist das ist echt bitter es hilft mir nichts mehr das leben habe ich bis jetzt noch nicht geschafft ich habe die anderen dabei gemacht ja ich hoffe es also das muss ich schon schaffen ich kann ja auch mal ein anderes Leben machen aber schaut halt nicht gut aus die linie noch vorhanden will ich ja überhaupt keinen sonnenblumen keine energie mehr kein sonnen signen das war noch ein blümchen es schaut schlecht aus als die erste runde oder ja jetzt hat es eigentlich nicht schlechter aus als vorher ja das doof ist ich muss eine Verteidigung aufbauen mit den Datteln mit den Stacheln zwar oder Stacheln oder halt mit den die beiden ja ja schaut euch schon schlecht aus der Welt kostet halt so viel Fasen zusammen wir schaffen dies schon irgendwann haben wir es ja ja das hat es jetzt auch wieder nicht geschafft toll ich sehe es jetzt schon kommen ein Versuch nochmal alles kostet uns zu viel das ist gut das ist wichtig die Pilze hier um zu verlangsamen die brauchen die brauchen den Kaffee ein Käffchen der ist auf jeden Fall gut aber der lade zu langsam der ist wichtig was kostet denn nicht so viel da unten Zwiebel und daneben die Zwiebel die besitzt sie nur die Reihe bringt uns mehr nichts die Kernerpulte die haben es verlangsamt aber bringt nichts es gibt nur die Möglichkeit Hypnopilz aber und den hier dann macht kürzen Prozess würde kurz Prozess machen aber 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 ich nehme dann ach so ne mir auch nix muss sich auch warm wach werden lassen und jalapeño können wir zum shop gehen yes go back perfekt jetzt habe ich ein bisschen Zeit hier habe ich ein Rechen schnell gekauft dann haut sich wenigstens unser erster Zombie sich hier die Birne an und ich habe ein bisschen Zeit also mit dem Hypnopilz habe ich versuche ich den auf die andere Seite zu bringen wo sie sagt ne ich greife meine eigene Rasse an es ist schon gemeint dass die jetzt schießen können ne aus der Distanz hau dir die Schädel an hau dir die Schädel an hau dir die Schädel an so ich brauche genügend Sonne hm ich warte noch machen wir den halt erstmal weg so so okay jetzt versuchen wir mal eine Verteidigung schnell ausmöglich aufzuordnen einfach nur eine Verteidigung hm komm du schießt dagegen komm 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 Alter mach es ich glaube der verliert das ist schon mal wie schnell der schießt und der andere schießt naja ich weiß ich weiß ich weiß ich weiß ich weiß doch oh my god komm Sonne 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 komm 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 jetzt hat es hier keiner gut da oben das passt schon normal so auf jede Reihe geschossen so ich muss jetzt auf jeden Fall mal in jeder Reihe mal einen brauchen der zurückschießt dann hätte ich schon mal eine unheimlich gewonnen ach die Juni zu einfach der Kompris das erstmal haha oh mein Gott Walter jetzt kommt unten und die Mittelreihe so das ist jetzt nicht so gut so also der war auch mal schon mal weg so jetzt wollen noch zwei aber ich habe ich keinen keine Energie grad ich komm ich hypnotisiere dich wenn ich die Macht der Kassi Bohne habe weil ich weiß dass es schläft ich weiß dass es schläft ich weiß dass es ich weiß dass es auch zu pennen jetzt jetzt kommen die zwei schon durch ich glaube da hätte es den Niedermacher sei es ist so ein dann wohl schießt so alle beiden es ist hier wieder keiner das ist schwer es ist zum holen aber wenigstens die erste Welle kurz gut bestanden jetzt hört die Städte ist bringt mir nicht die Kaffeebohnen mit den Pilzen nicht so viel so wie viel keine Sonnenenergie das ist so Tabula Rasa schwer 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 ja ein bisschen verteidigung geschaffen das mache ich jetzt mit dem da ok die erste welle danke dass du mir auf dich auf mich das aufmerksam macht Prozent Euro und Doppelschüsse er Prozent er habe ich nicht genügend aber hier kommt er wird die Co war ja nicht zweimal das ist der Ort größte Bodyguard er war die Ecke ja Pistamm für das kleine Stapf Korkotil Steht das das mit der jetzt kommt da unten kommt Koko machen die Bombe in Welt von Welt die Kappung Kappung jetzt KM ja beide da Schauen wir mal was passiert. Aber wir haben vor Unterhaltung gesorgt. Kepi! 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 Nein, eigentlich habe ich es so versaut, damit ich es selbst alt. Ah, super. Klopft, mach weg. Voll drauf. Man kann zu wenig Pflänzchen ernten, das ist scheiße.